Crunch Spezialverteidigung Wie sehen die Werte von Luxra aus? Blitz habe ich auf jeden Fall nicht vergessen lassen Bei dir ist der Angriff etwas besser als der Spezialangriff Und Step bekommst du ja sowieso nicht auf Crunch Minona Boah, das ist ein böses Pokémon Ich hab's nicht so mit Namen Na, du schon wieder Kratzfuhr hier Hör auf mich zu kratzen So, weg mit der Paralyse Sehr ekelhaft Ich hatte nicht vor Eine Elektroattacke zu benutzen Naja, jetzt sind generell Meine Elektroattacke geschwächt Wenn jetzt irgendein Wasser-Pokémon wiederkommt Ja, Sparkies Funkensprung geschwächt Flame of Rage Was hab ich Was wollte ich denn da vorhin lesen? Ich hab keine Ahnung Eigenartige Dinge Wollte Chicken lesen Herr dir Das hört sich an Nach Kroniwil, oder? Nein Ja Aber wenn ich den Namen dir höre Muss ich irgendwie ein Rientier denken Oh, dieses ekelhafte Ding Schämel, mach es weg! Und verbrenn es Zünd es an Da hat wohl jemand in der Entfernung gespielt, hä? Anzünden, anzünden Ding anzünden Lickitung Schlurp Da kommt Kiesel Ach, schlurp Zipperheep Auf die Zunge Dafür gibt's erstmal da einen Fußtrittling auf den Kopf Auf das Hütchen Tieren Dancebrass Okay, davon kann ich mir jetzt nichts Au-her-leiten Ach, dumm Esel Dumm Esel Weg mit dir Weg mit dir Kiesel hat auch keinen Bock auf du Miesel Wer meint nicht in meiner Weiß-Zwei zu kommen Der hat nicht In meiner Schwarz-Zwei Nicht Weiß-Zwei Wer hat es nicht für D-Tier? Super-awesome Ach, verdammt zur Hölle Alle Eine Herzschuppe Wenn man vom Teufel spricht, ne? Suddenly taucht er auf The sea is my backyard I'm not going to take it easy Because you're a kid Hey Ich bin ein Hühnchen Das heißt nicht Das heißt I'm a lousy runner But it's in the water You can't catch me Ach, wirklich? Soll ich mal einen Pokéball auf dich werfen? Douglas Lumpy 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 Äh Wie sah es mit Psycho Auf Geist aus? Normal Okay Solar Beam Und Psychic Jetzt mal den großen Jellyfish loswerden Sorry, Apo Qualyb Mr. Pringles Wow Cool minds Und 33 für Yuki Imprison Was ist das? Begrenzer Nee Gah 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 Wow! Juki, du magst es wohl echt nicht, angeknurrt zu werden. Angeknurrt zu werden, das sind doch keine gute Manieren... von jemanden. Did you take it easy on me by any chance? Vielleicht? I give up. I'm going to show you how great my Pokémon are, but don't cry! Warum sollte ich weinen? Du wirst gleich einen Grund haben, um zu weinen. Und irgendwie fängt gerade an, mein Hals weh zu tun. Oh, zum Glück ist das hier nicht Golden Sun, wo ich dann dauernd Attacken rausbrülle. Steal! Okay. 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 Azu, Meryl! Azu, Meryl! Azu, Meryl! Azu, Azu! Azu! Oh Gott, das hat keine Nase! Warum das denn? Das ist eh nur ne billige Malu-Kopie. Azu... Azu! 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 LERN aus deinen Niederlagen, Junge! Ich kann eigentlich mal deinen Solabi mal umtun. Obwohl, mit Grasidia macht es grad total Spaß zu kämpfen. Ja, aber wenn so ein... ne, ein Legi-Impact? Das ist Shaman! Ah! Es ist so cute and fluffy! Deswegen waren hier keine Willen-Pokémon. Verstehe... UGH! Ich hätte zerschneider... Für Fischer-Menn... ...Equipment is the key! ...But for Trainers the key... ...ingredients are Pokémon and Heart, of course. Aha. CREBUTAK! IT'S HAMMER TIME! Hehehehe! Hehehehe! Grasidia wird dich... ne? ...ne Trommel verwandeln. Aua. Dieser Schlawiner! Dieser Schlawiner! Böse, böse! I was beaten in heart? Ja. Sieht wohl so aus. Das aus. Duh-duh-duh... ...duh-duh-dih-duh... Duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh. LUS LELI! ZERSCHNEIDES! Da muss ein Doppelkamm. Okay, we are beating the Trainers Pokémon! Yuki! Oh je! Ich hab auch mal Yuki in meinem Team. Oh je! Moment mal. Pudox war Käfergift, ne? Schnell das Pudox vom Feld hauen und dein Yuki rausholen. Ich möchte nicht bei möglichen Käferattacken drinbleiben. It is going to hurt. Und Yuki mag es nicht verletzt zu werden. Eine Lady verletzt man nicht. Gigasauber. Obwohl, wenn du nicht so weit mehr ankommst, da können wir dich auch so erledigen. Wie viele erkennen didn't Ikουμε? Ja, das ist ein Freund.